herzlichen glückwunsch ja danke sie haben ein aufstehende zombie gewonnen ja wunderbar ist das hier eigentlich schon ich glaube schon leuchtete das da ist es ja klar ja komm mal her schneewittchen ein bisschen die federn zu mir zack jetzt ist ja ruhe hinweis aufgedeckt hier gibt es noch munition sonst so ich mache schon wieder eine fehler dass ich die pistole nachlade das macht ja wirklich sinn wenn ich die lehrgeschossen habe ja naja ich meine wenn man gerade so eine munitionskiste steht dann kann man es auch wohl machen ja das stimmt war da hinten schon wieder eine mutti und ein teufel ach du scheiße sind auch hinterhältig die kommen da so angelaufen angeschlichen immer gucken da noch blöd was sind auch die neue kann das sein so mit diesem streifen anzug ich glaube ein paar charaktere scheint scheint neu zu sein also sie wirken auf jeden fall ein bisschen anders als ich habe gedacht ich bilde mir das so ein was an das aber ich habe nur einen erschossen okay und somit die haben echt die geräuschkulisse ein bisschen verändert da läuft auch ein zombie oben rum wie gut ja besonders wenn die chloe das sinkt kommen wir jetzt haben wie da ist auch wieder so still auf der map wo kommt die denn schon wieder her was von oben jetzt ist hier unten man man würde da oben irgendwie ja ja komisch war auf das war irgendwie komisch bin ich schwaben der kam es von oben nach unten und ja ich komme jetzt auch mal mit hoch super jawohl du hast aber recht es gibt immer wo hunde sind so eine kleine erhöhung wo man sich quasi drauf stellen kann ich weiß nicht mal ist aber ab und zu oder öfter ist auf jeden fall hilfreich ja das stimmt der dicke ist hier der ok schlechter das ist aber schlecht für ihn wollen wir dir noch gleich mal bekämpfen ja ich weiß noch nicht wo es rein geht oder wo der ist das war doch hier so scheiße zu finden finde ich erstmal schön munition aufgehoben ich höre ihn auch noch nicht laufen ne ich auch nicht ich glaube ich ah ich hab ihn ok ich versuche da mal hinzukommen ja ganz woanders oh man ey das ist immer gleich so aggressiv wird ich hab ihn doch nur gekitzelt dynamit bringt bei dem ja nix ne doch ja ja wenn du ihn triffst wo ist er denn der dicke Feuer bringt bei dem nix ja weg 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 ich stand schon wieder am weg rum alter das hat aber was gebracht ja das war gut ich hab ihn auch noch völlig verkürzt ja das ist ja unglaublich was ist denn da los der also da ist munition überall super ich höre schritte oh ja ah scheiße ey hat mich erschossen ein blöder zombie und dann super geil super hammer so ey das war richtig geil ich hoffe es waren nur zwei äh zwei mit einem brand gesetzt hast du ja kleine spritze setzen hier ich plündere die auch mal ja hast du einen ähm zweiten gegner auch noch platt gemacht ja beide hier ist der eine und draußen ist der andere ah ok ist ja krass das ist ja mega krass was mit der arbeit alter killer king ich glaube ich nehme auch die waffe hier draußen das ist echt eine gute waffe ich höre schon wieder laufen ich weiß nicht ob du es bist ja das bin ich jetzt ich laufe hier gerade durch die gang ich habe gerade munition noch eingesammelt gucke gerade auch nach draußen ob da irgendwas ist da ist aber hoher hier ist auch noch mehr munition oh ja sehr gut das kann ich gebrauchen hier ist nur eine falle ja verbannung 68 das ist schon gut ja vielleicht kriegen wir es hin es ist ja rauslaufen ist nicht so weit ah gut das ist schon mal super ich gucke auch schon mal draußen rechts rechts wird schon geballert irgendwie also so die richtung hört sich das so an aber wenn die verbannung gleich vorbei ist wäre ja ganz cool ja dann können wir direkt abholen kommt man hier runter ja dann können wir direkt hier raus aber ganz geil dass vorhin die schritte gehört habe ja dann los zum glück ja dann gucke ich mal das sieht gut aus hier habe ich noch nichts gesehen so nichts wie weg hier genau diesmal habe ich auch zwei volle Balken und noch so einen kleinen roten also damit kann man leben das stimmt ja wenn mein charakter dann überlebt ich sehe immer noch keine gegner und kann noch zweimal gucken das ist schon mal gut ich glaube aber es sollte eigentlich glatt gehen alter wie du die killermäßig wieder weggehauen hast die beiden ja ich hatte glück dass ich den zweiten mit der mit der äh äh brandbombe da getroffen habe mhm das war auch richtig geil das stimmt man muss ja rausrennen wollte sich verbinden irgendwie ne ja das ist auch und ich glaube der erste hat mich gar nicht gemerkt weil ich äh mit Schalldämpfer geschossen habe mhm ah der ist ja schon hauptsache es macht Spaß auf jeden Fall das hat Spaß gemacht zwei Trophäen eingesammelt zwei Gegner weggehauen also jetzt fahren wir noch Kutsche also romantischer geht es ja gar nicht das stimmt gibt es ja noch ein paar Zombies richtig edel oh kann man ja noch ein paar Zombies wegschießen von dir ne leider nicht nix da ne ich habe auch schon geguckt ich wollte doch die tolle Waffe ausprobieren mhm jawohl du hast überlebt nein schade dass da nicht steht wir haben überlebt das ist ja noch ein paar waren es ja noch 2 waren es auch schon äh ich bin ich bin